Seid gegrüßt und willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige euch jetzt mal, wie sich von letztem Mal zu dieser Woche der Tomaten-Dschungel entwickelt hat. Ein paar Blüten sind noch übrig. Alles andere ist ein Tomatenmerkwort. Durch das Gewicht von den Tomaten sind die Büsche alle ineinander gefallen. Und die, was am Rand wachsen, hängen runter. Jetzt gehen wir mal zu den Chilis rüber. Da sind wir im Chiliewald. Die Pflanzen sind voll bis oben hin. Die Grünen sieht man jetzt auf dem Video nicht so gut. Aber sie ist voll. Da wachsen so richtig dicke Paprikas. Die bleiben aber so in der Größe. Das sind mittlere Linie aber mehrere. Die sind auch gewachsen. Und fangen langsam an zu blühen. So sieht die Tomatenplantage von der anderen Seite aus. Allmählich kommt auch ein bisschen Farbe in das Grün an gewissen Stellen. Ich bin schon gespannt, was die nächsten Wochen auf mich zukommt. Das ist ein bisschen Wachstum. Das heißt, das ist ein bisschen Wachstum. Und dann wie gesagt. Da ist ein bisschen Wachstum. Vielen Dank.